Monopoly-Verbot! Diese Grazieregeln erwarten Meghan Markle. Hautfarbene Strumpfhose statt heißen Cocktailglides. Am 27. November war's endlich soweit, Meghan Markle, 36, und Prinz Harry, 33, gaben ihre Verlobung bekannt. Für die Suez-Darstellerin bedeutet dieser Schritt allerdings viel mehr als nur einen romantischen Meilenstein – die Brünette muss ihr Leben von Grund auf umkrempeln. Denn einige der royalen Richtlinien sind noch kurioser als gedacht. Für die Braut heißt derzeit, erst die Arbeit, dann das königliche Vergnügen. So muss sich der Nachzug des Kensington-Palastes nicht nur einem knallharten Armet-Renning stellen, sondern auch zeigen, was in seinem bald auch noch zu taufenden Köpfchen steckt, beim unumgänglichen Einbürgerungsdismus 24 Fragen zur Geschichte Großbritanniens beantworten. Eine lustige Pauk-Session mit ihrem persönlichen Royal Harry ist aber nicht drin – die frisch Verlobten erwartet stattdessen ein regelrechter Event-Marathon. Während die Prinzessin in Spee mit ihrem königlichen Schatz von Veranstaltung zu Veranstaltung jettet, gilt strikter Strumpf-Hosenzwang. Dagegen ein absolutes No-Go – Meeresfrüchte. So soll verhindert werden, dass sich die Dame in ab sofort knielangen Kleidern den Magen verdirbt. Aber nicht nur auf ihrem Teller muss die Auserwählte des Royalen Rotschopfs Abstriche machen, für ihren Schritt über die britische Palastschwelle musste die amerikanische Bauti auch ihren Hund, ihr eigenes Einkommen und ihre Sozial-Media-Accounts aufgeben. Seitdem auf der roten Liste der Queen, 91, das Gesellschaftsspiel Monopoly. Wie die BILD berichtet, soll der vermeintliche Familienspaß bei den Royals eher zu Familienkriegen geführt haben. Wie die BILD berichtet, soll der ein89-glauchte Diener werden auf der roten Liste der Hohene gesiert und die BILD auf der stir-M Theater von Veranstaltung. Wie die BILD berichtet, soll der vermeintliche报d sind in dasipped tolden sie, coefficients nicht mehr so viele Male sein. Wie die BILD berichtet, soll der weitere Reviews wissen, was sie gelebt, soll er wie die BILD berichtet und werden. Vielen Dank.